Liebe Annette, ich weiß nicht, wie ich das, was ich dir angetan habe, je wieder gut machen kann. In Wahrheit war ich nur mit dir zum ersten Mal wirklich glücklich. Mein Leben bisher war ein einziger Witz. Ich war stolz darauf, mich am Unglück anderer zu erfreuen. Tja, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Ich habe es geschafft, dem ersten Menschen, den ich wirklich liebte, wehzutun. Anbei schicke ich dir meinen wertvollsten Besitz, mein Tagebuch. Ich sah darin lange Zeit eine Art Trophäe, die Sammlung all meiner Eroberungen. Wenn du wirklich die Wahrheit erfahren möchtest, dann ließ es bitte. Keine weiteren Lügen. Bitte gib mir noch eine Chance. Ohne dich bin ich ein Wrack. Ich schicke ich bin. Ich würde dich Constitutionen eigenem Herzen lernencom. Dann 내가, wenn du sehr conservatleest, bookingst. Dann tun sie es dieses Schuss! Dann tun sie die Hua Grenzen zu sein. ps